Jo, hi! Zurück zu Assassin's Creed. Ich will mal wieder ein bisschen jagen. Neue Rüstung übrigens. Und da unten ist der gute kretische Stier. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Nice. Okay, now's time to down. Okay. Okay. Was ist das? Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Was ist das? Schönen in den Arsch getreten, war ich freund. Boah. Junge, 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 Junge. Mein lieber Freund. So bring it fair zurück zu der Frau. So Daphne hätte die ganz gerne. So Daphne sitzt irgendwo hier ganz oben. Aber wo? Wer weiß es? Da irgendwo. Da. Hä? Ich dachte hier irgendwo. Da oben. Okay. So Mann, wo ist sie? Um die Ecke. Okay. Bestienbezwinger. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Wer stirbt, werte sich gehörig. Doch sein Fell gehört dir. Du bist außergewöhnlich. Absolut. 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 Oh, das ist aber Mist, was die Artemis mir da gegeben hat. Ne, äh, die Daphne. Oder wie auch immer sie hieß. Äh, das ist Schrott. Tja. Mann, 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 ey. So, jetzt lassen wir nochmal gucken, questtechnisch. Weil man kann ja noch was anderes jagen. Wulfi. Okay. Wer weiß es? Ah. Mal wieder hoch scrollen. Warte mal. Da. Quest ist da unten. Okay. Hier hin. Okidoki. Wieder hängen geblieben, der Freund. Das sah gut aus. Alter, ich will hier Wulfi jagen und die kommt mir hier an. Haut ab. So, da bin ich mal gespannt. Und? Hängt der in so einer Hühle ab, oder ist er draußen? Da ist er. Und er hat ein paar Freunde. Na gut. Auf geht's. Alter. Wie schlecht der Frick. Junge. Mal wieder in die Hühle ab. Die Hühle ab. Oh, 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 oh. Okay, wir sind weg. So, Freundchen. Oh, oh, oh. Alter. 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 Ah, sick man. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Tausendweise sind wir hier? Hört ihr, wie viele Tausendweise wüt ihr hier? Ja, ich hab die Mengen vor Ende, Alter. Ja! 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 Alter, wie viele Wulfis. So, du bist dein letzter Murikaner. Oh, mit mir zusammen. Junge, 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 Junge. Meine Güte. Puh. Ein paar Fälle sind doch schon zusammengekommen. Das muss ja in so eine crazy Höhle sein, oder? Juhu. Juhu. Junge, Junge, Junge. Oh Gott, für ein Wulf. Okay, dann düse ich mal eben nochmal wieder zu ihr hin. Das ist ja irgendwo hier oben, ne? Ah, ich muss jetzt mal raus aus dem Gebiet. Hm. So, Mann, wo ist sie hier einmal rum? Bestienbezwinger. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Das Fell des Wolfs Lycaon. Der Wolf ist nicht nur ein gefährlicher Jäger, sondern auch ein gerissener Gegner. Viele sind schon an ihm gescheitert. Ich nicht. Eine Bestie wird nicht mein Ende sein. Eher erliege ich einer Schönheit auf Chios. Sprich doch nicht vom Liegen. Denk eher daran, wie wir neue Höhlen erklimmen. Ich komme zurück, wenn ich keine Arbe. I'll be back. Okay, muss reichen für diese Session. Genug gejagt. Äh, beim nächsten Mal, okay? Also, bis dennne. Ciao.